Du willst schon heim machen, oder was? Das ist der Duk der Flatsch. Der Duk der hat mir gestern erzählt, er dir dir gerne mal dein steil Fressbrett voran. Wenn du da Bock drauf hast, sag Bescheid, es ruckzuck passiert. Es ist Samstag oben und du willst heim. Ich will nicht mehr heim machen, kein Bock auf shoppen. Ich steh auch ganz gerne mal ein Rüchenmacher, aber stell ich mich auf wie ihr Funden, auch mach ich nicht. Und ich sag der Avarim, in meinem Alter gibt es nicht mehr so viel Gelegenheit, richtig ohne zu zappen. Frischoppen, ein Kerb, und du fahr der doch, das war's. Und du, Bonkert, warst den Samstag oben mit den Buben nicht zu schätzen. Du musst mal lauter werden, tut mir laut. Also sollst du dir jetzt auch mitgeffen, oder brennst du ohne mit uns? Entweder mit den Jungs ohne machen, oder du fängst zu wie du sie noch nie gefangen hast, aber mir ist natürlich ein Schoppen lieber. Na Allah, die ersten fünf gehen auf Tisch.